Hallo Leute, kleiner Spoiler-Alarm, dieses Video wird nicht sehr viel Informationen haben, aber dafür umso lustiger. Sophia und ich werden heute ein kleines Quiz-Ratespiel spielen und zwar wird Sophia mir 5 Kosmetikprodukte zeigen und ich muss den Preis erraten und ich mache das Ganze mit Supplements, die hinter mir stehen, denn Sophia ist noch nicht so der große Fan von Supplements, weil sie ihre persönlich beste Marke noch nicht gefunden hat. Und ich, wie man sich denken kann, nutze kein Make-up, also ich bin dabei, ich habe nicht so viel Ahnung von den gegenseitigen Preisen und werde mal gucken, was für da so Preise erraten. Here we go! Ladies, Sophia fängt an! Okay, also ich sage jetzt nicht, was es ist, du sagst jetzt, was es ist, du musst es erraten, was ist das? Äh, von Catrice, ähm, für den Lidschatten irgendwas. Lidschatten, ja. Und? Lidschatten. Wie viel kostet das? Ähm, 13 Euro. Nein. Nein? Ich weiß nicht mal, ob Catrice teuer ist oder nicht. Ne, das ist nicht teuer, das kostet 2,70 Euro. Und gibt es bei DM und Rossmann und ja. Fangen wir an. Beta-alanin von MyProtein. Was glaubst du, was bringt es? Ähm, ich glaube, das ist vielleicht eine Arminosäure. Ja, ist eine Arminosäure, das stimmt schon mal. Ja. Und was macht das Ganze? Ähm, ist gut für den Muskelaufbau und für die Muskelregeneration. Äh, fast, ja. Das bringt jetzt nicht direkt einen Muskelaufbau, es ist mehr für die Muskelausdauer da im Training, dass ihr die Muskeln nicht so schnell versagen und ihr länger durchhaltet. Also, was glaubst du, was kostet das Ganze denn? Was ist da drin? 250 Gramm. 250 Gramm? MyProtein ist jetzt nicht so teuer. So 15 Euro? Na, gut geschätzt. 14 Euro. Echt? 14 Euro. Wir nehmen immer die unreduzierten Preise. Was ist es? Das ist von MAC Pro Longwear Concealer. Ja, aber das ist Concealer, was macht man damit? Ah, ich glaub das ist Concealer, Concealer ist für die Augen. In der Tat. An die Augen hin. Mhm, an die Augen, ja. Ja, macht man unten drunter, dass das Dunkle an den Augen weg ist. Mhm. Ja? Man kann auch noch Unreinheiten und Rötungen abdecken, also. Okay. Okay. Mhm, wie viel kostet das? Der MAC ist ja schon ein bisschen teuer. Ähm, aber ist doch so klein. Ich würde hier auf, auch auf 12 Euro, 13 Euro würde ich kippen. Mhm. Nein? Nein. Es kostet... It was at this moment that he knew, he fucked up. 23 Euro. Alter, was sind das für Preise? Das eine kostet 3 Euro, das andere kostet zu viel plötzlich. Als nächstes, Hotplot 3.0 von Cytec. Was ist das? Booster, gell? Ja, das kennst du schon. Den hab ich mir vor Ewigkeiten mal gekauft und ich nutze den nie auf. Ich würde sagen, 30 Euro. Verdammt. Ich glaub, die schnippt doch heimlich BCR. Der kostet genau, kostet 30 Euro. Echt? Ja. 29,90 Euro. Okay. Nicht schlecht. Weiter geht's mit dir. Was ist das? Essenz. Oh Gott, ich glaub, das ist das, was man macht zum Lippennachziehen außen, oder? Ja. Ich hab schon so viel gelernt über Sophie und über Make-up. Lip Liner. Lip Liner, okay. Ähm, der kann nicht teuer sein. 3 Euro. Nein. Aber fast. 1 Euro. Also, 99 Cent. Dann machen wir weiter mit Zink. Wofür ist das da, kann man sich denken. Zink, gut für Haut und Haare, oder? Ja, genau. Und gut für Veganer auch. Ja. Das ist von Gym Nutrition. Gym Nutrition ist schon ein bisschen teurer. Teurer. Echt? Gute Qualität hat eben einen Preis, ja? Ist ja ein Preis. Schwer zu sagen, ist so klein. Aber es wird schon teurer sein, das 10 Euro, oder? 5, 15 Euro? Ne. 20 Euro. 20, echt? 20 Euro für Zink, allerdings unreduziert. So, weiter. Was ist es? Das ist ein Lippenstift. Mhm. Lippenstift von YSL. Was ist das? Du weißt so. Yves Saint Laurent. Mhm. Oh la la. Der ist bestimmt teuer. Ähm, 40 Euro. Ne. Nicht ganz so teuer. 35 Euro. Hab ich Lust da. Dann machen wir weiter. Das Statement, was Sophia wahrscheinlich am besten kennt, und das nutzt sie doch ab und zu. Das sind die BCAAs von Gym Nutrition. Geschmacksrechter. Mango, Maracuja. Ist gut. Mhm. Wofür sind die da? Was sind die BCAAs, ja? Ja, das sind Aminosäuren. Zum Muskelaufbau. Oah, die hat was gelernt. Die sind zum Muskelaufbau und Muskelerhalt. Also wenn das Kleine schon 30 kostet, dann musst du das eigentlich mehr kosten, oder? 25? Okay. Sophia arbeitet, glaube ich, auch irgendwo in der Supplementindustrie. Dieses Supplement kostet 25 Euro. Echt? Ja. Mein letztes Produkt. Okay. Okay, was ist es? Das haben wir sogar zusammengekauft. Ja, das ist Highlighter. Highlighter von Becker, Becker. Von Becker einfach. Die gute alte Becker hat mal wieder einen Highlighter rausgebracht. 50 Euro? Nee, aber vom Wechselkurs her schon. Ja, das war so ähnlich, gell? Aber in Deutschland kostet der nicht so viel. Ja, 35 in Deutschland. Ja, ein bisschen mehr. 37. 37 Euro, ja. Für so einen kleinen Highlighter, Mann. Was ist los mit euch? Ja, wir haben die in Australien gekauft für 60 Dollar oder so. Ich komme jetzt auch zum letzten. Und zwar zum Kreatin von Gym Nutrition. Hier sind, boah, ich glaube, das reicht für zwei Monate. Da ist richtig viel drin. Das ist eine richtig große Packung. 500 Gramm, also ein halbes Kilo Kreatin mit der Kreatur-Formel. Was schätzt du, wofür ist denn Kreatin da? Oh, das habe ich schon mal gehört. Ist es nicht zum Entwässern? Ist es? Oh Gott. Nein. Wenn du mit Kreatin dann bessern willst, dann machst du irgendwas falsch. Also Kreatin lagert Wasser in den Muskeln ab. Wie viel kostet das? 130 Euro? Nein. Es kostet 26 Euro. Okay, das war unser kleines Ratespiel. Sophia hat sich ziemlich gut geschlagen, finde ich, dafür, dass sie Supplements so selten nutzt und ganz schön gute Punktleidungen geraten. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Ihr könnt ja auch mal vielleicht sowas machen und mal selber mal gucken, ob ihr so Preise von anderen Leuten erraten könntet oder nicht von Sachen, die ihr nicht kennt. Man liegt ziemlich oft falsch. Ich würde mich mal interessieren, wie ihr abgeschnitten hättet. Also alle Ladies, wie hättet ihr abgeschnitten? Hättet ihr es erraten oder habt ihr da gar keine Ahnung? Und dann die Jungs, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Ahnung von Make-up? Wie viel es kostet und was es für was gut ist? Okay, gut. Also, bleibt dran, lasst einen Daumen da und schaut bei uns vorbei. Auch die anderen Videos. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao. Ciao. Yes, you can. Just do it.